Die geht nicht kaputt. Hey, wo geht's da hin? Nach unten. Scherbegal, laber doch nicht. Geht er oder geht er weg? Geht weg. Schau deine Feindlerzungen an. Boah, ich komm weg, ein Problem. Oh mein Baby, der kommt, Junge, der kommt. Achso. Nein, ich... Junge, ich mach Licht an. Ich stehe als ob. Ich bin böse. Lauf mal hin. Er hat sich hinter der Enkel fischt. Als ob, Junge. Er hat Angst vor mir. Er ist weggelaufen. Ich trau mich, mich nicht umzudrehen wegen Dingsens. Wieso bewegt sich alles so komisch so leise, als ob man wie Minecraft F8 gedrückt hat. Ich hab keinen Ton mehr. So. Wie hört man den denn? Ich atme voll, hast du's? Ja, ein bisschen. Junge, wehe, der ist hier um die Ecke. Aber ich glaub, der ist weggelaufen. Was, Mann? Die haben immer ganz rabinierte Pläne entwickelt. Vielleicht war ich diese Droge. Das Land darum ist ja so ne Droge. Was? Bestimmt deswegen bewege ich mich so komisch. Was? Was willst du von mir? Sprinte einfach durch, dann ist er verwirrt und... Was ist dahinter der Ecke? Ich muss erstmal hier, bevor jemand sagen... Ne, ihr müsst doch mal mitnehmen, was da steht. Nehm ich Jensen Zunderbüchsen hier mit. Das, damit man Licht machen kann. Ich scher' dir ja so, pass auf. Aber ich mach' hier nicht, das verschwinde. Aber hier ist nichts. Wir laufen jetzt einfach... Lalalalalala... Fick dich, Junge! Wie ist hier nicht? Woho! Nicht schwer wie ich ihm gezeigt hab ne? Ja. Echt krass. Ja, ich weiß. Ich mach jetzt auch noch Lärm, pass auf. Flaschen liegen hier auf dem Boden. Der muss ja. Das ist voll nicht. Ich bin voll da... So ein Gangster ist jetzt unlautig. Ich weiß. Zunderbüchse! Ich hab voll viele Zunderbüchsen jetzt. Das kann ich gleich erstmal Licht machen. Ich bin voll... Woh! Kackalack! Hä? Hä? Das sah so aus. Junge, was war das denn für'n Scheiß? Ey. Was? Die ist im Spiel. Die ist jetzt im Spiel drin. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo ein Bildschirm war. Ah! Was? Ich bin am F gekommen. Ich dachte echt, jetzt kommt irgendwas. Junge. Ich geh hier ganz ruhig durch. Du hast voll Angst. Ich seh's doch. Mö. Mö! Bang! Was ist da hinter der Tür? Da steht ganz... Ja. Wir kommen hier her. Mööööööö. Aber ich weiß ja, was wir noch machen sollen. Waren wir hier nicht schon? Ist doch der mit den? Dem war irgendwo sind, wo wir es noch nicht waren. Ja. gary will ich ja. Hier war der Geist. Hier war der Geist. Und dann sind wir halt dem Weg hier gefolgt. Wir haben hier aufgemacht. Und der muss irgendwo hier längst halt gelaufen sein. Er wird sich vielleicht ganz weg. und eigentlich müssten wir wahrscheinlich hiervon irgendwas mitnehmen also irgendwas müsst ihr wahrscheinlich so stehen was wir brauchen um woanders hinzugehen vielleicht hier drunter BAM na kommt schon Hallo so ich kann auch die Flaschen nehmen so ist gar nicht kaputt gegangen vielleicht hier hinter nichts ist hier ja ich weiß nicht aber also eigentlich müsste hier was sein aber wir finden nichts was ist da oben da diese haben wir übersehen aber nur ne Zünderbüchse vielleicht müssen wir doch wie was war das irgendwas Masters Robs ich geh einfach ich geh einfach durch ich weiß nicht wo wir noch nicht waren vielleicht waren wir da noch nicht doch die Tür waren wir auch schon das ist das wo es hier eingestürzt ist ja aber vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen was ist denn hier drin zum Beispiel achso Öl aber haben wir wieder volles Öl für die Lampe ja was steht denn da drauf aber ich glaub nichts was doch das sind irgendwelche Symbole das ist doch so damit wir das erkennen ja Digga Bier Craften Bier äh Zaubertränke aber ja wenn wir hier waren und das können wir uns ja alles nicht nehmen ich weiß auch nicht warum wir überhaupt sind das weiß man ja auch nicht warum er hier überhaupt ist aber da unten war ich auch schon da dann sind wir praktisch so rumgegangen achso da vielleicht waren wir da noch nicht oder war ich da eh grad eben muss ich mir helfen äh doch jawohl hier waren wir schon schlafen achso ja was eben auch manchmal sorry aber mehr so in der Schule ja wir müssen vielleicht aber wieder zurück aber das eigentlich muss man denn hier irgendwas gefunden haben weil wieso waren wir denn sonst hier unten vielleicht sollten wir auch nur wissen wie es ist wenn man so ein Gangster trifft könnte sein ach ja man könnte irgend so ein Knopf Memo machen bestimmt haben sie schon alle in die Kommentare geschrieben er hätte doch mal Memo machen können aber wir sind doch schon in der zweiten Folge da Notizen oder sowas Mementos kein Memento what the fuck Tagebücher brauche ich nicht brauche ich nicht Notizen da da hat er geschrieben dass ich ihn killen soll aber das ist ein langer Text ne das war ein alter langer 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 Text wir gehen jetzt einfach zurück vielleicht waren wir denn hier überhaupt schon ich glaube ne ja boah da waren wir ich noch nicht glaube ich es war unvermeidlich die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit als er die Fensterlehnen öffnete öffneten die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurück vor den jungen Männer ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen was wackelt denn das immer so dumm aber hier war ich noch nicht was 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 ging es los ohne Scheiße ich schwitze voll unter den Aktien ne so flüssig ist das Zitat das werde ich aber halten waaah waaah lass mich doch waaah waa 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 Junge so dass das Teil hier rollt waa 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 was will der denn da kommen wir wohl nicht so einfach ein wahrscheinlich oh weiter in die Tiefe mein Freund mit Licht auf jeden Fall ah aha das ist mein erster Versuch künstliche Lebensessenz zu gewinnen die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug genug waa 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 ganze luse macht durch mich nur nach Gerechtigkeit und in der sicheren Rückkehr sehen, ne? Machen ihr auf Pause, damit sie das lesen. Achso, ja? Ich soll Double Time machen? Ja! Ja, ich weiß. Aber ich drück einfach und dann ist weg. Hä? Du hast doch nur eins... Nein, 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 nein! Oh... Kann man nicht einsammeln. Kann man gar nicht. Ja, kein Ding. Was kann man da rausnehmen? Wieso... Wer versteckt Zunderbüchsen in dem Ofen? Und wieso kann ich's nicht aufsammeln? Da. Take it! Was? Was wackelt jetzt alles? Take that shit! Da... Hä? Nein. Ich kann das irgendwie nicht rausnehmen. Doch jetzt. Ah, ist ja gut. Äh... Das hier kann ich nicht nehmen, irgendwie. I don't know why. Vielleicht habe ich aber auch jetzt irgendwie so einen komischen... Habe ich denn jetzt so einen Memo? Experimente haben im Labor bewiesen, dass sie aus Kombinationen von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt. Vielleicht muss ich das alles dann auf... Nee, das glaube ich nicht. Oh, jetzt ist es schuselig. Ich kann das kaputt machen. Pass auf. Nein, warte. Stopp. Halt, stopp. Bleibst hier. Ich wäre jetzt an die Decke. Die geht nicht kaputt. Hä? Wo geht's da denn hin? Nach unten. Ich habe doch gar keine Ahnung. Ja, hier ist noch was im Leben. Das Fehlen eines Schornsteins. Oha. Das ist alles kaputt gegangen. Vielleicht haben wir jetzt ein neues Memo. Ach, das ist dann praktisch das Memo. Oha. Ja. Was ist das reingetan? Was ist jetzt los? Was habe ich hier? Da. Da rein. Siehste? Kubrick? Ich habe schon. Rein damit. Da. Und. Das. Und. Pass auf. Ne, das ist nur Laterne. Und Öl. Hör. Wieso wackelt das so? Ich habe nichts gemacht. Was ist das los? Ja, 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 blablablablablablablabla. Ich dreh nochmal. Ne, geht noch nicht. Ich muss nur eine Chemikalie finden. Ja, das soll es. Das steht hier irgendwo in dem Schrank bestimmt, Mann. Ich kenn das doch. Was ist denn das? Ne, das können wir alles nicht nehmen. Das muss dann immer so ein bisschen leuchten. Das ist ein Brenner. Labe doch nicht. Ist alles irgendwie kaputt. Muss irgendwas... Vielleicht ist auch das Loch aufgegangen? Ne. Ne. Ich ja. Aber irgend... Ne. Das hier nicht. Vielleicht hier noch was drin? Ja. Wir müssen das Scheide fassen. Was ist das? Zünderbüchse. Ja. Keine Panik. Alles. Alles cool. Alles cool. Warum sehen die Zünderbüchsen eigentlich alle verschieden aus? Weil da Zünderbüchsen sind. Wir müssen vielleicht... Red nicht so mit mir, Mann. Wir müssen nochmal genau gucken. Hast du das jetzt gerade gesagt? Ich weiß nicht was... Daumen! Ui. 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 Aber... Sonst wieso wir den ein bisschen abbrechen müssen? Ich ja leider noch nicht. Wir können noch. Kann ich denn da hier rein? Ne, ne? Ekelhaftig. Wir müssen doch nur dieses eigene finden, Mann. Ekelhaftig. Ekelhaftig. Hä? War die wieder auf dem Bildschirm oder was? Ne. Wir waren gerade im Ohr. Was? Was? Wieso war die Fliege in deinem Ohr, Digga? Was für eine große... Was für eine kleine Fliege ist es, dass sie in dein Ohr passt? Nein! Ach, hä? Das hier oben ist kaputt gegangen. Wieso können wir hier rein? Ja, Digga, wir haben so verschissen. Aber das heißt, das heißt ja wohl, dass das was wir brauchen hier unten ist. Ja, ich mach mal das Licht an, das ist ein bisschen heller. Ähm. Aber, dann müssen wir das Öl hier nicht so sehr benutzen. Machen wir auch nochmal das hier an. Das ist nicht so Ölverbrauch, weißt du? So. Aber, ihr müsst doch eigentlich... Da, was ist das da oben? Nein. Ihr müsst hier nur noch ein bisschen umspringen. Wir können hier nicht weg. Da, was ist das da? Oh! Junge! Wir kriegen hier schon auf. Wo bist du? Scheiß. Was? Letzte Zutat. Und was ist das hier? Ne, das haben wir brauchen. Das muss ich mir auch nur anschließen. Dafür machen wir jetzt. Vier Chemikalien. Wollen wir Licht anmachen? Wir finden das, Mann. Haltet durch! Ja, dann such doch mal. Das Ding ist ja, dass ich hier nicht hoch kann, weil es zusammengebrochen, als wir irgendwas gemacht haben. Und wenn dich... Oh. Was? Ich dachte, kommst du. Und wenn die Chemikalie oben wär, dann... Das geht ja gar nicht, weil wir da ja nicht ankommen. Und hier drunter ja wohl auch nicht. Die sind offensichtlicher. Dann müssen sie ja wohl dann in dem Raum sein. Oder ist hier noch irgendwo hier rechts so ein Raum? Ich weiß es nicht. Come on. Und das hier kann ich auch nicht irgendwie aktivieren, dass es hier sich irgendwie kaputt geht. Und dass wir da reinlaufen. Oder? T-J-V-A. T-J-V-A. Machst du das? T-J-V-A. Machst du das? T-J-V-A. 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 Aber ich kann das auch gar nicht dahintun, das sag ich so, das geht schon mal. Na und schmeckt die Wurst auch ohne, bro. Ah, und true story, bro. Ich meine, du musst doch genauer gucken, man. Kann man das aufmachen? Zeit hier mit zwei Augen. Ah, ah, hier. Da. Was ist das? Der ist jetzt wunderbar. Oh, Junge, find ich schon so ne Schatztur, das ist ne ne Z-Z-Z-Zunderteil drin. Ich, äh. Ich will wissen, wie es weiter geht.